Der Allwissende, der Allweise und der Allmächtige, liebe Geschwister, er hat diese Religion für uns bestimmt. Und dieser, der sagt, du kannst die Religion nehmen, wie du willst, Wallahi, er kennt Allah Azza wa Jal überhaupt nicht. Allah Azza wa Jal, er akzeptiert nur die Religion des Islam, die einzig wahre Religion, eine Religion, die die Religion aller Propheten war, liebe Geschwister. Alle Propheten waren Muslime und das sagen wir mit Stolz, weil wir Anhänger aller Propheten sind. Wir lieben Noah, Nuh, und wir lieben Abraham, Ibrahim, und wir lieben Moses, Musa, und wir lieben Jesus, Isa, und wir lieben Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, wir lieben alle Propheten, denn sie sind alle Gesandte, die Allah Azza wa Jal an seine Völker geschickt hat, zu ihren Völkern geschickt hat, damit sie diesen Völkern beibringen, dient einzig und alleine nur Allah. Das ist unsere Religion und wir Muslime würden niemals eine andere Religion akzeptieren. Schaut mal, subhanallah, es gibt Leute von Religionsgemeinschaften, der macht so dieses Brettspielchen, ja, der Prophet gefällt mir, der nicht. Der gefällt mir und der gefällt mir nicht, subhanallah. Sind nicht alle Propheten von, hä, von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir machen keinen Unterschied, wir machen keinen Unterschied zwischen den Propheten. Warum? Weil sie alle Propheten von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Wie können wir Unterschied machen, wo Allah sie alle beauftragt hat mit einer gigantischen Botschaft? Warum sollten wir zwischen ihnen unterscheiden? Aber manche Leute tatsächlich, er sagt dir, dieser Prophet gefällt mir, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Ein Muslim, der nur sagt, dass er sich nicht mit einem Propheten identifiziert, der einen Propheten leugnet, so ist er ein Käfer geworden. Kein Muslim. Unsere Religion. Wenn du sagst, Jesus akzeptiere ich nicht, du bist ein Käfer geworden. Wenn du sagst, Moses akzeptiere ich nicht, du bist ein Käfer geworden. Wenn du sagst, Noah, Abraham akzeptiere ich nicht, du bist ein Käfer geworden. Denn der Islam ist die Religion aller Propheten. Allah, azza wa jall, er hat diese Religion vollendet. Und niemand auf dieser Welt besitzt das Recht, diese Religion zu verfälschen. Oder zu ergänzen. Oder etwas von ihm wegzulassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah al-Mahida. Al-Yawma akmeltu lakum dinakum, wa akmeltu alaykum ni'mati, wa raditu lakum ul-Islam adina. Heute, oh ihr Muslime, und seid stolz darauf, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet. Und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Allah ist zufrieden und du nicht? Wenn du wirklich, lieber Bruder und liebe Schwester, wenn du dich wirklich gläubig nennst, dann ist dein Herz für dein Schöpfer. Dein Herz tickt nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und du musst zufrieden mit dieser Religion sein, auch wenn es nicht mit deinen Gelüsten übereinstimmt. Na, dann bist du ein Gläubiger. Warum solltest du dich sonst ein Gläubiger nennen? Denn in unserer Religion, liebe Geschwister, ist es verboten, den anderen Recht zu geben, wenn man weiß, dass sie etwas Falsches über die Religion Allah sagen. Wir haben nicht so etwas wie Komplimente. So, er ist mein Vater und deswegen darf er über die Religion sagen, was er will. Nein, sowas haben wir nicht. Wenn jemand etwas Falsches über die Religion sagt, dann sagen wir, was richtig ist. Und akzeptieren das nicht, das Falsche, was er sagt, sei er auch unser eigener Vater. Unsere Religion. Denn wir lassen das Falsche nicht als falsch stehen, sondern wir sagen, was richtig ist. Und nicht nur, weil du eine Beziehung zu einer Person hast, wie man...